Musik Sonja Draxler, Remax Nature, grüß dich. In Lietzen sind wir heute, wo ich das interessante Wohnhaus mit ca. 180 m² Wohnflächen und drei Wohneinheiten vorstelle. Musik 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 Der Verkauf findet über DEF, dem digitalen Angebotsverfahren von Remax statt. Wenn Sie Fragen haben, sehen Sie an mich oder an den zuständigen Makler. Bis zum nächsten Mal. Enke Sonja Draxler. Musik 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 Das Haus Sonnenfeld 7 Die Expertin von Remax nimmt die Sache in die Hand, lässt anpacken und auf Vordermann bringen, prüft die Akten, checkt die Fakten, optimiert den Preis, rührt die Werbetrommel, weckt das Interesse, findet die besten Käufer, klärt die Details, bekommt das Ja. Und ein Bussi. Remax. Wir geben Ihren Träumen ein Zuhause.